Geht Das weiß ich nicht, der mag uns einfach nicht mehr Echt so, richtiger Saraschloch Na, das darfst du so ordentlich sagen, ne? Pfff, okay, soll ich es auf bayerisch sagen? Ja, auf bayerisch ist es in Ordnung Das ist mich ja ganz entdeckt Das gibt der GAS Chutchut 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 Chutchut, stirbt doch nie Der fährt einfach geradeaus durch, ich bin so bescheuert Deckiges Stück Scheiße, du Oh, jetzt hat er nicht den so gefressen, ey Mh Ey, meine Katze liegt gerade ganz komisch hier Auf dem Rückenhof breitbein, ich guck mich so doof an dabei Ja, die wissen, was du machst Musst mir das Gedanken drüber machen Boom Für sie, Birdmoor Ah, die Balty, wo die macht das echt schön gerade Ne, jetzt denkt die doch ein, oder nicht? Ne, ich will weiter Ja, leicht eingelenkt hat die aber Ach, nochmal zweimal eins, die hinterher, ja Ja Die will dich aber keiner sein Ja, die trifft mich nicht Dafür ich sie Colorado, geht's dir noch gut, da hätten du Schwachkopf, danke Für die in gröschen Zerstörer gesichtet Setzen sie an die Nebelwand Die hilft dir nicht, ach doch Tatsächlich, aber er hat Radar Das würde aber noch nicht so viel bringen, so Ich würde ihn trotzdem fertig machen Aufklärungsflugzeug in der Luft Aufklärungsflugzeug in der Luft Sieht man Oh, alter Ja Mein Kill? Nein! Doch Ey, da, da steck ich noch im Garten Aber das ist doch geil Dann in Colorado Weißt du wie geil dein Nebel auf meinem Schiff wäre Da dreht euch mit 55 Knoten hin Und macht da den Nebel vor mich Die ganze Zeit Träume eines Wahnsigen Oh, ja Da, hilf mir Ausfall Pass auf, der bestimmt zu viel ist abgeworfen Ja, ich habe erst 23.000 Schaden Aber hier war auch keiner Ich habe erst 20.000, was soll ich denn sagen Ich habe erst 20.000, was soll ich denn sagen Ich fahre jetzt rein Aufklärungsflugzeug geht zum Schiff zurück Abel ist schon wieder gleich weg Komm, da geht er jetzt auf Der ist bestimmt mal berg entlang gefahren ist Oh, nee Torpedo, Torpedo, Torpedo Ja, ja Guck mal, der ist mir mit explodiert, ne Da, da bricht er auseinander Der ist richtig aufgegangen, Torpedo Der bricht in sich zusammen, der Kerl, siehst du nicht Den habe ich gebrochen Ha 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 Einfach blind reingetorpt, siehst du selbst die langsamen Torpedos im Ring aufpassen, ne? Wenn sie das treffen? Oh, fack ihn doch ab Aua, die hat er gemacht, wunderbar Okay, er ballert auf mich erstmal, kannst ruhig drauf ballern Oh, ich mach auch gut damage auf ihn Und jetzt älger ich ihn aber mal, ne? Oh, der Träger, oder lass uns ein bisschen free damage holen, du Der fährt aber gerade nach vorne Ja Ist egal, ne? Vor zum Träger, ja Oh ja, ich komme nochmal unauffällig mit, ne? Ha, ein 6-4 mit SAP, ha 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 Der versucht doch noch mit AP auf mich zu schießen, oh nein Er hätt mich fast getroffen Und er brennt Und er löscht sich wahrscheinlich gleich, oder? Und er löscht sich wahrscheinlich gleich, oder? Und er löscht sich wahrscheinlich gleich, oder? Oder kann er sich nicht löschen? Wer weiß Nebelwand gelegt Der ist doch so doof, der Träger, oder? Was macht der hier? Was macht der hier? Ach, was soll'n die Scheißen Pass auf, der Autopäse abgeworfen, ne? Dass du dich da reinfährst Er hupt Joon Ich darf hier auch mal? Okay, jetzt hol'n wir den Träger raus, komm Oh, links, rechts vorbei, ne? Ich glaube, der ist tot Nö, noch nicht ganz Jetzt Ach, das ist doch nicht Wieso klausten wir den Scheiß auch noch? Oh Das ist was los bei mir auch immer 72.000 Ach komm Es ist hier 50.000, also meckern mal Vielleicht mach ich danach noch ne Runde Ich mach mal die Cap einnehmen jetzt hier Ich fahr so, ich brauch noch ein bisschen Damage Komm lass Lass das auskämpfen Nein, hu die Cap Da gibt's mehr EPs Nein, lass das auskämpfen Ich will das auskämpfen, lass das auskämpfen Ja guck doch mal, die sind gleich bei uns in der Cap schon Nee, schafften wir Dann nimmst du einen, ich fahr vor Ja, ja, mach das mal Jetzt Die Flugzeuge, die sollen jetzt mal runter Ich hab noch ein paar Flugzeuge runtergeholt jetzt hier Da, guck mal hier Zerstörer Gegner, was ist los, den Wind dringt So, jetzt machst du den Abpraller Ja Ja, im Abpraller gemacht, woher weißt du das? Aufklärungsflugzeug in der Luft Aufklärungsflugzeug in der Luft Das war nur noch Front, wenn der hier so AP schießt Ach komm Das war jetzt aber uncool Felix So So Woll ich nur holen Ich hab den Du durfst ja den Träger holen Ja, ich hab das schon drei Kills Hättet ihr vielleicht doch die Kragges machen können hier Nein Warum auch nicht? Gönnst du auch gar nichts, ne? Bist du in der Meinung? Ich hab doch schon eine Kragge holt, das reicht mir, ne? Ja, das ist doch okay Das ist doch vollkommen Gut für dich Oder da schützt die Ich helfe mir lieber bei Gneisenau Da hab ich schon draufgeschmissen Die So schießt er nicht, wenn ich schie... Und du... Secondary Oh nein 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 Oh, er hat geballert, er hat geballert, er hat geballert Er hat geballert, er hat geballert TACTICAL BREACHING TACTICAL BREACHING TACTICAL BREACHING Ich park mal schnell in den Hafen Ja, du tust was sinnvoll ist Meine Torpedos, die gehen ja voll daneben Ne, die gehen da lausen Schön Ach komm Unser Team hat die Führung übernommen Aufklärungsflugzeug geht zum Schiff zurück Ich würde mal sagen, wir haben gewonnen, ne? Na mal gucken Na knapp 60.000 hier ist gemacht Davon fand ich den Erschlag mit Torpedos war auch nicht schlecht Ich bin tot Ist das jetzt geschafft? Oh, ich hab noch Torpedos raus Sehen sehr gut aus Ach ne! Ich hätte noch über 100.000 machen können Ah, jetzt meckert der auch noch um das... Alter! Ja, 94.000, das war ne gute Äh, komm mal, wo ich... Hey, wir sind ganz oben Ja, ich bin wohl ganz oben, ne? Weil ich Cap eingenommen, aber du ja nicht mitmachen wolltest Ja, ich hab noch ein bisschen Damage gemacht Damage ist auch nicht alles zu trotteln Ja, aber viel Ja, ne, aber es ist so, du sagst es selber immer Aber viel Oder der fiel, man You're my best friend So, machst du nur ne Runde oder hörst du es auf? Ach komm Warte, ich guck mal, wie viel fehlen mir denn überhaupt noch bis zur Klibe? Ja Hier sieht man auch die 1500 Ich mach heute keiner mehr In zwei Tagen spätestens